Was geht da meine lieben Freunde und herzlichst Willkommen zurück zu Dead Island 2 Wir sind hier mitten im Kampf What is going on? Ja, was ist denn im Ernst? Was ist denn los? Leck mir die Nüsse, so Ich hatte gerade eben schon mal eine Aufnahme gestartet Musste aber alles neu starten, haben wir jetzt nicht damit gerechnet, deshalb haben wir uns hier einfach mitten im Kampf spauen Lass mich in Frieden, oh hässliches Wesen Alter, puh, hier Ja, pfeil doch da runter, hä Miststück Ich war nämlich hier auf der Suche nach dem Postmann hier Nochmal Und, äh Ja, OBS hatte da Hatte da eine ganz andere Meinung, sagen wir mal so Immer zu funktionieren mit dem Aufnehmen Heute macht das irgendwie Faxen Mh, 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 mh No Oh, er hat eine Überzeug-Gottkette So, weg mit dem Kopf Ist hier eine neue Mucke? Irgendwie hört der sich anders Oh, no Oh, ja, natürlich Hat hier gerade meine Kugeln weggeschrien oder was war da passiert, hä? Lasst mich in Frieden Das ist echt nach einer Mucke, ne? Oder was ist hier los, hä? Mal mal Oh, ich bin voll mit dem Fleisch Oh, ich bin voll mit dem Fleisch Und hier müsste eigentlich der Ja, der war zu Ende auch schon ausbekommen, Alter Oh, hier müsste eigentlich der Postbote rumlaufen, irgendwo Zack Taktisches Kampfmesser Heute wird gegrillt Eigentlich müsste der Postbote hier rumlungern, aber Er will nicht Nicht bei mir Aber warum nicht? Haha, hast du ja gedacht, ne? Drecksack Na gut, dann mach ich mich mal auf den Weg zu Amanda Machen wir die Die da ist ein Schreier Die schreit nicht mehr Normalerweise ist die ein Schreier, wenn die lebt Okay, dann gehen wir zu Amanda Was ist die Mucke? Buggy? Dürfer Ähm Ja Was hat sich jetzt so ange... Ja, wow, hier Hä? Okay Sie anscheinend nicht Jetzt sieht aber OBA jetzt ganz gut aus Freut mich, wenn es so bleibt Ops Hier auf die Tüllmonne Dann stellen wir Amanda mal Unserem Kollegen im Untergrund vor By the way, Leute, wenn euch die Folgen gefallen und so Wenn ihr dies verpassen wollt, gerne abonnieren Alles der Tutti Mit einem Like könnt ihr mir gerne zeigen Wenn euch die Folgen gefallen Alles kein Zwang, aber Es hilft Prost an alle, die es machen Andrea, was ist hier los? Andrea I'm not dead and you're not dead Welcome Good to see you alive Emma keeping you busy? No I burnt my mob It was that or shove it up a certain gulo Power to the few surviving people, comrade I must confess I raised my hand to Emma and Sam Not something they'll forget in a hurry Did you catch it on camera? I'll play Ah, Emma was such a lovely girl once Fame has not been kind to her But perhaps Something good can come from all this horror A good dose of pant-burst in horror Usually does the trick Yes, maybe I just think perhaps with Sam She can start the game Everyone deserves a second chance Even Sam Miracles happen She came to his house, you know Congratulations But don't you want to leave with us? We will be safe now For a moment I saw the old Emma So, where are they? We need to move Ah, you only just miss them After my junkla Well, they seem keen to leave They're waiting for you at the sewers Emma Jones In the sewers Oh, right Well, I better go then It's fucking dangerous out there Well, may God watch over you all Whatever happens You will always be welcome At the Salazar residence God bless you, Andrea You and your family Treff Oh, sorry I didn't want to do anything I didn't want to do anything Sorry, I didn't want to do anything Sorry, I didn't want to do anything Sorry, sorry The hand is still here Yeah I would be out there with you kids Raising hell Natürlich Okay Treff bei Patton, Emma und Sam Wieder So, meinem kurz hier verkaufen Können Sie haben Das würde ich gerne behalten Die behalte ich auch Die Metallkeule 511 Hier, könntest du auch haben Die habe ich ja schon Das behalte ich, das behalte ich Die behalte ich auch erstmals Messing Schlagring Erkann der Dicket Geh mal her What? Hat er wen geheiratet? Herstellen, was kann ich hier herstellen? Achso Nagelmagazin, Pistolen Mediketschropatron Hab ich noch nie darauf geachtet, dass ich da selber ein Monitor herstellen kann Blut F2 Einschlägemot Gewährt einen moderaten Bus Erfüllt sich einen Schaden und Krach Bei aufeinandervertreffenden Folgen Zudem Der Effekt traumatisiert Und Blut und Schaden Das will ich Ja, haha Genauso Genauso Erhöht den Schaden Der Schaden auch gut Wenn du einen Zombie tötest Erhältst du einen moderaten Schadenbooster Den wird Raserei generiert Dann nehme ich auch mit So Special Force Messer Tue ich mal so lange hier rein Wo sind denn jetzt hin? Ach, die hätte ich fallen Ach, komm, tu ich auch hier rein, sondern Egal Ähm Falsche So Hier we go Back to Pattens Mit dem Schlagring hier Ja, da seh ich mich, Junge Hau ich also in die Fresse Ich hab'n Schlüssel bekommen By the way Für irgendeinen Gärtner Neini Was ist das hier? Was ist das hier? Ist das hier im Auto? Oder was? Kofferraum Im Auto des Trainers Zack, Junge Huhuhuuu Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Weg Hey, what? Ist das hier untergefallen? Ah, ah, okay Räufschläger der Agilität Hm, okay Sorry, Lady Aber ich bin Zombie-Frauenprügler Aber nur bei Zombies In echt seid ihr mir heilig Also die Frauen Emma macht ja überhaupt keine Späße Ich weiß, aber Ist ja nur ein Spiel, liebe Leute, ne? Darf man nie vergessen Und wie gesagt Es geht hier nur um Zombies Nur um Spielen und Zombies Ih, der stinkt Oh Du bist auf der falschen Seite der Geschichte, Junge Daaah, aah, aah, aah! Monster gegen Monster hur build Coming relau island Zwei Regierung, auch sehr gut. So, hier drüber schwingen. So, wo ist mein Prügel? Oh no. Oh no, diese komische Güte hier. Hier. Ja, genau, da rein wollte ich jetzt aber nicht. Hä? Aua, aua, aua. Kann ich die nicht mehr so elektrisieren? Oh no. Oh. Oh, hey. Oh. Oh. Hallo. Es ist ein Schuss, überall. Miss Johns. Oh, es gibt keine Bedürfnisse. Wir sind nicht die König. Ah. Call me Emma. Tap on. Patton. Und ich bin Sam B. You know, who do you voodoo, bitch? Patton. I really need your help. There's a helicopter on Hollywood Boulevard. Today, you fly again. Oh, no, 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 no. I, I, I can't. You know, Omen to kill. Yeah. Remember how Randy couldn't get back in a car after his crash? Oh. But then, when the monster was about to get me, he suddenly shows up in a Camaro and saves me. So cool. I need you to be my Randy. Be Randy for all of us. Okay. Okay, yeah. I'll try. Oh. For you. Oh. Thank you. I think I'll remember how to fly. We are going to die in a fireball. Keep it moving. This way for the happy ending. Thank you. Kind, sir. Doesn't matter. Time to reclaim the real you. I'm a man with a man. I don't know him. I'm a man with a man. I can't believe that. I'm a man with a man. I feel so. I don't know him. I feel so. I can't believe that. I feel so. Das ist mein naturales Habitat. Der Hater ist weg. Oh! Okay, ich habe gerade eine Mod bekommen. Vielleicht haben wir hier irgendwie Gefahr, ne? Ähm... Seht ihr hier? Neu, hier. Wenn du einen Zombie tötest, erhalten wir einen schweren Angriff an einem moderaten Schadensbus und laden sich schneller auf. Ach ne, hier. Ne, okay. Nevermind, 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 nevermind. Maybe hier? Caustic 3, Blitz 3, Feuer 3, es geht ab hier. Das Hackelmesser. Okay, erstmal auf die Stufenanpassung machen. So. Können wir auch eigentlich verbessern, ne? Auf Caustic 3. Wenn dein Zombie Schaden zufügst, hast du die Chance etwas gesünder zurückzuhalten. Also Tag Lab. Anzapfen. Das ist Versengen-Mod. Kaustische Wolke erzeugen. Nehmen wir ja auch mal mit. Warum nicht? Säure, Regenwähl. Wenn du einen kritischen Treffer landst, besteht eine Chance, dass du beim Aufprall eine Explosion auflöst. Wenn du einen Zombie tötest, erhalten deine schweren Angriff am Moderaten Schadensboost und laden sie schneller auf. Ah, nehmen wir das auch mit. Warum nicht? Äh, dafür tue ich die lange raus. So, was geht bei euch beiden ab? Drei. Was ist das für ein T-Shirt? Ich dachte, es war ein roter. Was? Ja, du wirst! Du wirst! Komm schon, Jay! Move! Na... Na! Find another way around! Oh, Mum! More pressure woes! What? Froom, Toom! So, hier geht's schon mal auf. Das Rad brauche ich für hier wahrscheinlich. Ne, hier. Mal abstellen. So, was haben wir hier? 50? 20? Da vorne ist 10. Was denn hier? Wasser. Klappt das? Ja, genau. Das ist nur für hier. Ja, das ist eben. Ah, ist das heiß! Oh, jeez! Was ist der Heido? Oh! Oh, maybe ich kann hier... Ha, ha, ha! Keine Ahnung, ob das so sein soll, aber ich trage es nach dem Spiel aus. Das ist mir doch egal. So. 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 Auf hier den Hebel. Mal 20. Mal 20. 20 ist hier. 50 ist da. Oh. Yo, ich wollte nicht wissen was... Ja! Bleib mir bloß und bleib! 70! Ich geh mal lieber schnell hier durch, bevor hier irgendwas kommt, was mir wieder aufhält. All diese Leute... Trapped in the dark with each other as they turned. Aktivieren und weggehen. Versiffte U-Bahn-Schlüsse erforderlich. Wie honest, weiß ich nicht ob ich die haben möchte. Versiffte U-Bahn-Schlüsse... Bäh! Hört sich nicht so lecker an. Lecker! Wie so lecker! The Trap. Wenn die Türen hier öffnen... Ein bisschen durchzug. Oh shit! Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Rub you, man! Na, warte mal, wenn er denn hier schon ist. Wer hat dir denn gesagt, aufstehen? Bleibst du liegen, du faules Pakt. Bumm. Wait, what, 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 what? Ist ja sogar schlechter als meine... Mutts. Boah, aber die letzte Trap da, wo ich grad durchgelaufen bin, da hab ich echt kurz, ähm... Den Schutz schon gespürt. Ich dachte jetzt ist... Bumm. So zum Beispiel. Bumm. Was haben wir denn da? Die Crew zusammentrommeln. Gah. Gah, der Jum. Dbd, die echten? What? Javier, braucht wer was? Ich besorge Wasser in Flaschen, Ibuprofen, Dosenzeugs. Oskar kümmert sich um Batterien und Futter fürs Feuer. Schert euch nicht um das, was die Armee sagt, okay? Wir wollen uns nur unterdrücken wie eine Crew her, der herum kann bandieren. Für uns wäre es sicherer an unserem üblichen Trepppunkt. Achso, für uns wäre es sicherer an unserem üblichen Trepppunkt. Noel. Scheiße, Leute. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Meine Mutter ist krank. Ich kann die nicht allein lassen. Damn Boy. Was für ein Kack. Ich sagte, ich gehe auf keinen in so eine verpisste Evakuierungszone. Da brät mir dieser Staatsstau, da brät mir diese Staatssau eins über mit seiner Waffe. Den hätte ich rund gemacht, aber Ed hat mich weggezerrt. Das können die doch nicht machen. Das ist unsere Stadt. Javier. Aber sie machen das. Komm einfach hier runter. Ich und Oskar brauchen nicht lange. Wir haben alles nötige, um das durchzustehen. Irgendwann wird uns die Sonne wieder scheinen. Die DBD Crew. Dead by dead, motherfucker. Damn. Ehm? Was ist los? Alter, das ist geil und macht Spaß. Er ist schon tot Oh Jesus Christ Aua Okay Boom Boom Proteinriegel Liegt da unten Energy Ah Sehr schön Sehr schön Sonst ist hier aber auch nix Ne Ich bleib bei meinem schönen Schlagring Der gefällt mir gut Hier wird noch ein Energy-Getränk Überlebensfähigkeit Plus Max Gesundheit Hör für eine Million Bargeld an Oha Ihr habt mir ja voll die Quest Die hab ich gar nicht Vorher nicht so gesehen Ich lebe einmal einen anderen schlechter wieder Achso das sind Online Bitte Hier kriegt er fast nur Kohle Für die Dinger Drei von zehn Herausforderungen Fertig What Oh du wurst Brummel Kriegst auch eins Hier muss ich rein Mich aber erst mal hier rum Die geht auf Die geht nicht auf Na Ja Komm her So Sag mal Trau dich Du auch Komm her Komm Komm her Halt mich nicht zurück So Ihr beiden auch nicht Boots Mein Inventar ist wohl Inventaros Achso Okay Sorry meine Mutter hat gerade geschrieben Und meine Mama schreibt es wirklich Dann muss man immer Sicherung Oh Nice Das hab ich mir gemerkt Mit dem Wasserding hier Ja Genau Benzinleitung Aus Oh Achso Da ist noch Strom Oben aus Strom Aus Ah Auf die Kiste hier Was braucht der Schnelles raus Ein Komposit Vorschlag Hammer Äh Was hab ich denn alles hier Ich hab doch Zombie Axt Kann weg Äh Das kann eigentlich auch weg Ich hab die Schlaggrimme bekommen Also könnt ihr auch hier weg Pfft 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 Maschinenpist Oder behalte ich Das Sportgewehr Das blaue Kana auch weg Pfft 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 Munster und ich bin hier in so einem Schacht Können mein Freund doch schon Wenn ihr Helm abgeflogen ist Oh oh Mist Sack Ja Ich kenn dich aber ja Was mein Jetzt ich Au au shit Hör auf zu essen Junge Ist hier ja keine Ist nicht die Wohlfahrt Ja genau Ich hab ihn blockt Komm komm Alles was noch nicht übrig blieb War der Irokele Mh 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 Kapoorvo Kapoorvo Stand vor nichts Sam, lass mich das nicht bereuen, dass ich die bei dir gelassen hab Oh shit Ist das ein Schreier oder ist der aus dem Schreier? Der U-Bahn-Techniker Ah, den hab ich noch als Schild genommen, den Kollegen hier Goddamn, Motherfucker Jetzt, ich Aaaaaaah 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 Drecksack Ist da noch was? Guck mal, lecker, ne? Hahaha Was haben wir hier? Hier hab ich irgendwas lila leuchten sehen Boah, Alter, ich dachte grad ganz kurz, das wär ein Dingserwumser Eine Armbrust Hatte mich schon fast gefreut So, was haben wir hier? Die richtige Balance ist alles Ist deine Raserei Anzeige voll, erhältst du einen moderaten Zähigkeitsbrust? Ist sie nicht voll, erhältst du einen kleinen Schadensboost? Huuuuh Die mach ich erstmal rein, so lang Hätte doch noch irgendwo ne Karte Hätte ich nicht noch ne Karte bekommen irgendwo? Hallo Okay, zurück kann ich nicht Hier ist ein Getrank Hier ist auch Boah nix Ein paar Legierungen und Befestigungsmetall und was weiß ich nicht alles Hier ist auch nix Hier ist auch nix Hier ist auch nix Hier ist er Hier ist auch nix Besser ist auch Besser ist auch Batterie Besser ist auch nix Gaaaah Der wer hier Warte, wer hier so schön ist Ich kann dich bauen, hm? Let's go, Mr. Konstant. Kathanik, Adjective Of relating to or Okay Äh, reparieren Der ist krass, der, der Volle Hammer, da Stufenanpassung Schneller, da Guck gerade Durch nachladen, erhält seinen moderaten Schadensboost In einem Magazin fast leer ist, erhält seinen moderaten Schadensboost Ja, gib mal dat Poof Statt mein Inventar packen So, die können wir erstmal behalten Das Schwert können wir eigentlich zerstören Das auch Nicht Oh, kann ich nicht zerstören Okay, dann muss er hier rein Der Rass ist da, verkaufe ich Nicht zerstören Ich habe gerade gesehen, dass mir die Sachen noch um die Ohren fallen Schon mal gut zu wissen, dass ich in der Toxischen Wolke Kein Damage bekomme Hm, du bist noch ein Schreier, du schließt dich auf oder so, ne? Leck mich Boah Lecker Oh neul Oh neul Hey, das ist mir Okay, bei denen läuft es aber Noch gut So, wenn die Sachen nach vorne, gehe ich erstmal nach hinten Vielleicht liegt sie noch was Gutes Aber gut, das Gewehr war jetzt nicht ganz so Toll, aber Jetzt hätte ja auch was noch besseres sein können, ne? Darf man nicht vergessen Zack, 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 zack Wie ist die U-Bahn davon? Au Oha What in the What the fuck? Man nennt mich aus Son Go Ich habe guten Damage ab Bum, ey Shit Will ich wissen, was mir da bringt? Okay, ich kann Wasser aktivieren, aber Ist nicht genug, um Um das Öl da wegzuspülen Machete Oh Bei dem Muni am Schlitten Hier What the hell Hier bin ich Oh shit Hinter mir ist nichts Du bist schonmal tot Wer ist der nächste? Der Feuerwehrmann Zack Oh fuck Hier für euch Essen Yum yum Motherfucker Go Au Also Spruch Kiefer Bro What? Ach Au Die Tür Oh Leg mich Um Arsch Ey Dürfer Guten Tag Guten Tag Oh nein Ich höre schon Die Oh ja Genau Oh nein Oh shit Fuck Das ist Eine Seismod-Karte Okay Für hier unten Hol das Maximum aus deiner Stampfhahn raus Beim Auftreffen löst dein Schild der Stampfhahn eine Kraftvolle Explosion aus Die soll ein bisschen näher aus dem Gleichgewicht zum Bluten bringen Dafür benutze ich das viel zu wenig Boah Nope Ich hoffe sie haben eine nette Fahrt Sehr gut Medikit Medikit ist immer sehr gut Der Tod ist das auch sehr gut Was haben wir hier unten So ist der Gang Er klettert doch da drüber Junge Das ist geil Das er lauft vorne oder so leuchtet So okay Bei mir sieht der Weg eher Er blutig und glitschig aus Er wäre mir steinig und schwer doch lieber Was legt die Tür auf Oh Ja Okay 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 No Das ist also gerne oben Mach Platz, Junge Klatsch Wunderbar Ähm, da guckt mich ne Schroffnit an Hahahaha Hahaha!